Moin ihr Kloppspaten, herzlich willkommen zur ersten Folge von unfit zu unfett. Das wichtigste bei so einem Programm ist erstmal eine Bestandsaufnahme, denn je genauer man das alles aufzeichnet und sich festhält, wo man denn gerade steht, umso besser weiß man, welche Maßnahmen man ergreifen muss, um tatsächlich richtig fit zu werden. Also, Fett, fangen wir an. Okay, wir sind bei Kilometer 1. Ich glaube, ich gehe wieder heim. Ich glaube, langsam ist es vorbei. Ich habe was gefunden. Guck mal, was im Baby stand. So, Kilometer 3. Nach der kleinen Stärkung vorhin. Gar kein Problem. Weigen wie links. Few moments later. Wir kommen nicht mehr. Wir kommen nicht mehr. Kilometer 4. Ich glaube, es ist langsam dunkel. Ich weiß nicht mehr, wie es nach Hause geht. Oh, ich riech Speck. Ich hätte den Speck nicht gefunden. Aber ich habe hier im Wald irgendwo ein Schwein gehört. Das hole ich mir jetzt. Wir sind bei Kilometer. Nichts. Wir gehen nicht auf. Sieben Kilometer geschafft. Ich glaube, im nächsten Monat mache ich weiter. Ich habe die Sau doch noch erwischt. Und den Bärlauch eingelegt. Ich weiß nicht sicher, was ich früher force mich zu Mallet. Vielen Dank.